Hallo Leute, was geht ab? Schiffkrieger hier. Wenn es euch jetzt ein bisschen verblasst, warum ich jetzt so eine dicke Maschine habe. Ja, das ist noch ein anderer Map hier. Jo, es läuft. Es ist auf jeden Fall Destiny wie immer, die Alpha-Version wie immer. Und ja, es ist eigentlich schön hier. Ich gehe jetzt ein bisschen außen rum. Ich habe schon seine Gründe. Ja, es ist wunderschön hier. Auf jeden Fall, die schon diese Landschaft zu vergleichen mit anderen. Ich weiß auch, wenn ihr jetzt meine Mutter vielleicht gehört habt ihr. So kann man nicht leben. Ich gehe auf Turbo, ja, hier rechts. So lange kann ich auch nicht Turbo fahren, ne? So lange kann ich nicht essen. Der hier ist richtig cool. So eine gute Runde hat ich lange nicht. Ja okay, kann es nichts machen. Mom, ich musste sterben. Ich hätte auch meine Special... Ich habe jetzt auch neue Waffen. Der ist in Verfügung. Boah, voller geiler Hund. Ganz ehrlich, nein, nein, ich lasse es erst mal sehen. Ja, ich lasse es erst mal sehen. Natürlich habe ich jetzt, die neuen Infos sind ja, ich habe, also den, einen neuen Charakter genommen. Musste ich alles von neu machen, dummerweise. Also deswegen seht ihr mich nicht mehr so. Messer? Oh Gott, ja, danke, 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 danke. Ist ja Hammer pervers. Vielleicht auch eine andere Waffe haben. Ich werde auch am liebsten wieder meine Maschine haben. Also wenn du in diese Brennmodus reinkommst. Ich wechsle mal ganz kurz meine zweite Waffe. Was war das? Wow. Ach, okay, 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 ja Gott, ich habe das verstanden. Ich habe keine Munition. Äh, toll. Sag mal, ich brauche jetzt dafür wirklich Munition. Okay. Ja, guck mal, was passiert. Du hast gestorben, du bist gestorben. Ich bin auch gestorben, dummerweise. Ja, was willst du machen? Ich musste eigentlich... Ja, ich bin ein bisschen enthält immer noch. Ja, ich bin der Jäger. Also er lebt genau für den perfekten Schuss. Also wenn du gleich, wenn man in diesem Mund ist. Oh, Junge, ich steppe hier wirklich noch. Neutralisiert Zone A. Ja, ich will diese schwere Munition halten. Und ich will die Munition halten. Du Arsch. Wollte ich mich weggehen? Ich bin sehr krank. Ja, das war ein Messer, das ihr seht. Ich habe ja das Messer als Special. Wenn du Level 5 erreichst, kriegt er das Messer. Ich glaube, es ist One-Hitted. Wenn du triffst, natürlich. Wenn du triffst. Ist ja die Frage. Zone B secure. Zone A lost. Okay, da kann ich nicht durch. Du Hobelschluns, was schießt du hier die ganze Zeit? Denke ich mir hier schon, weil es einer. Ah, geil. Ah, da unten, das nehme ich mir. Zone C neutralisiert. Ich gasze mich nicht aus. Es geht innen. Zone C secure. Zone B lost. ZD-Zone B Zone B, secure. Zone A, neutralized. Enemie captured, Zone C. Zone A, secure. Ich habe den 100 Ehrchen getroffen, ich wollte schon sagen, ich wollte schon zu wetten mit jemandem, dass ich ihn getroffen habe. Das ist die Masche A, vollautomatisch, ja, die habe ich mir auch noch geholt. Zone A, verloren. Hm, ist jetzt komisch, die habe ich schon gehabt, vollautomatisches Kriegsinstrument. Zone C, neutralized. Zone B, lost. Ja, dickes Arsch. Loch. Kann man nichts machen. Ja, ich weiß, dass die totale Kontrolle haben. Ja, okay, Messer macht, hat nichts, Messer bringt nichts. Und der kann wirklich nur Messer und so. Ich glaube, das kommt noch später in den nächsten Leveln. Zone A, neutralized. Der Jäger ist in meinem Fall, der ist mal cool. Ich komme aber noch im richtigen Spiel, was ich mir dann noch finde. You captured Zone A. Die Beta beginnt am 17., ne? Da können auch alle noch spielen, die sich das Spiel vielleicht schon vorbestellt haben. Ja. Wenn du dich russisch findest, kannst du deinen Streit wegschmeißen, ne? Zone C, neutralized. Ich würde mich aber freuen, wenn ich das Spiel habe, ne? Ich habe schon Freunde, die sich das mit vorbestellt haben. Zone A, lost. 30 Sekunden, and countered. Natürlich werden auch vielleicht so welche Parts kommen. Zone C, secure. Enemy captured, Zone A. Wow, Sniper. Du Arschgedicht, wild knall ich mich von der Entfernung ab und ich weiß von gar nicht. Also wenn Leute, wenn ihr denkt so, warum sterben die Leute nicht so schnell wie die anderen, ne? Es gibt es mehrere Möglichkeiten. Die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass sie eine bessere Rüstung als andere haben. Ja, man kann sich die Rüstung kaufen, das ist auch automatisch direkt dein Leben. Da ist dann, da kommt die Frage auf, ja, braucht man denn sowas? Naja, man braucht es hundertprozentig. Sonst kommst du durch das Spiel nicht durch. Ja, ich wollte schon mal sagen. Bei mir war ich der Beste, 14 Kills, 4 Assists. Die Tote werden dir gar nicht aufgezählt, ist am besten. Ja, ja, Leute, das war mein Part. Es kommt später noch einer. Und, ja, das war euer Schiefkarren. Bis irgendwann mal. Ciao.